Ja, die Praxis Family Checked, das ist eine neue Kategorie, die wir euch vorstellen möchten. Es ist ganz häufig so, dass ich gefragt werde im Rahmen der Behandlungen und im Rahmen unserer ganzen Community, welches Produkt ist gut, was kann ich empfehlen bei diesem Symptom, was kann ich empfehlen bei dieser Krankheit oder was kann ich empfehlen, um das und das zu erledigen. Und natürlich haben wir ein Spektrum an Dingen, die irgendwie von uns approved sind, ja, die wir, die wir gecheckt haben, die, wo wir wissen, okay, die funktionieren, die wir als Empfehlung auch aussprechen und das auch schon seit über zehn Jahren machen an unsere Patienten. Und das ändert sich auch immer wieder mal, es kommt immer wieder mal eine Verbesserung oder es kommt was Neues irgendwie auf den Markt, wo wir dann auch sehen, hey, das ist vielleicht besser geeignet als das, was wir bisher immer hatten. Und all diese ganzen Empfehlungen sind es natürlich auch wert, dass sie, dass sie an euch verbreitet werden dürfen. Das heißt, es wird immer mal vorkommen, dass wir ein Praxis Family Checked Video machen, also in dieser Kategorie einfach etwas machen, wo wir ein gezieltes Produkt vorstellen. Egal was es ist, was wir da vorstellen, wir haben nicht den kompletten Marktüberblick, das geht gar nicht. Da müsste ich mich den ganzen Tag nur mit einer Sache beschäftigen oder mit einem Produkt beschäftigen, das ist unmöglich. Aber wir haben einen relativ guten Überblick. Also es ist schon so, dass wenn ein Thema immer wieder aufkommt und ich immer wieder gefragt werde, was kann ich denn da machen, dass ich mich selber auch hinsetze und recherchiere und suche und mir den Markt anschaue, mir die Studien und Forschungslage anschaue und dann entscheide, was ich einem Patienten empfehle. Und das wird dann getestet mit dem Patienten, an dem Patienten und wenn dann mehrere Patienten, die wir haben mit dem gleichen Thema, ein Produkt für gut befinden und es ihnen hilft, dann empfehlen wir es gerne weiter. Das ist die Kategorie Praxis Family Checked. Jeder, der sagt, okay, ich habe da irgendwie aber was anderes oder ich habe eine andere Erfahrung gemacht, es ist alles okay, es ist ja individuell. Also wir wollen jetzt hier nichts schlecht machen oder irgendwas anderes und sagen, dass es das einzige ist, was es auf der Welt gibt, was man nehmen sollte. Nein, nein, darum geht es nicht. Es sind einfach Dinge, die wir mit der Erfahrung belegen können, wo wir meistens auch selber getestet haben, an uns direkt selbst, aber eben auch mit mit unzähligen Menschen. Und wenn ihr die Testmethode beherrscht, die wir im Dr. Mama System anbieten, dann habt ihr immer die Möglichkeit selber zu testen, ob das, was wir hier empfehlen, für euch auch geeignet ist oder das, was ihr bisher an anderen Erfahrungen habt. Völlig in Ordnung. Da seid ihr immer wichtig und habt natürlich auch immer recht. Okay, in dem Sinne Kategorie 2021, die wir neu machen, ist Praxis Family Checked und da wird es immer wieder mal ein Video geben, wo wir etwas Konkretes euch zeigen möchten oder euch teilen möchten, weil wir es für wertvoll befinden. Ciao. Los. 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 2